Wir atmen jeden Tag etwa 20.000 Mal ein und aus. Dabei strömen rund 10.000 Liter Luft durch unsere Lungen. So gelangen Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 10 Mikrometer in Nasenhöhle und Luftröhre. Sind es nur wenige Partikel, können wir sie abhusten. Bei einer hohen Belastung sind die Reinigungssysteme aber überfordert und die Atemwege schwellen an. Ist der Durchmesser der Partikel kleiner als 2,5 Mikrometer, können sie bis in die Lungenbläschen vordringen und in den Bronchien Entzündungen auslösen. Es drohen Asthma, Lungenentzündungen oder Bronchitis. Sogenannter Ultrafeinstaub mit weniger als 0,1 Mikrometer Durchmesser gelangt sogar bis ins Blut. Durch die Abwehrreaktion des Körpers verstopfen die Gefäße. Ein Risiko für Schlaganfälle oder Herzinfarkte.